ja sinnfeindlich jetzt hast du sie erwischt ich hab dich schon die ganze Zeit erwischt Loi? Nein, die sind Verbündete! Achso, ich hab die die ganze Zeit geheilt ja sorry, bei mir sieht damage und heilen klein schon aus ja, das müssten sie auch noch in das heilen grün angezeigt wird bei dir auch und dann schaden halt ganz normal wieder weiß oder schaden rot und heilen blau ja, das wäre vielleicht auch schlau ja, bei heilen grün wäre irgendwie besser weil alle anderen sehen ja auch... Stimmt, heilen grün Alter, die Stadt ist weit weg Wie weit? Oh mein Gott Die ist wirklich weit weg Das ist ein Dungeon? Was hast du da gefunden, Aaron? Oh! Da ist ein Lager Das hätten wir letztens gebrauchen können Ja, jetzt sind hier nämlich drei Sachen Ja, jetzt sind hier nämlich drei Sachen Scheiße, wir haben die Dings ja noch gar nicht frei Stimmt Die Cactus Potions Aber dann... Ich glaube, wir kriegen die mit Level 3 oder so frei Ah, dann bin ich vermutlich der Erste, der das freischaltet Mir fehlen nämlich bloß noch drei EP Mach mir 11 45 Wie schön ist es, ohne Ladesqueens hier rumlaufen zu können Mhm Ja, das ist wirklich geil Das ist schön Ich hatte noch nie Ladungscreens Doch einmal war ich zu schnell Doch, wenn du willst du nicht hart Wenn du einfach ohne... Ich hatte... Einmal... Einmal hatte ich, weil ich zu schnell mit meinem Pferd gelaufen bin Und... Kann es sein, dass es eigentlich nur ein Wettbewerb ist, wer schneller eh drückt, wer die Items aufhebt Ja, ist doch scheißegal, wir teilen uns so eh alles Wenn jemand was braucht... Das ist dann wieder so... Wie letztes Mal, wir teilen uns alles in der Stadt, wird dann doch nichts geteilt Ne, wenn wir irgendwas brauchen, dann sagt man das einfach Ja Zum Beispiel später, die Heilungstränke können wir uns ja alle teilen Ich hab noch 10 Mal... Ich hab schon wieder ein Lagerfeuerhalter Und wir kommen grad richtig vom Weg ab Egal Erkunden vielleicht mal ein bisschen die Wüste Ich war schon mal die Wüste erkunden So, jetzt kann mir jetzt jemand erklären, was der Unterschied zwischen Wüsten und Savannen ist Was? Savanne ist noch mit Zeug drin Wüste ist sowas hier Also Savanne hat noch Pyramiden und so weiter oder was? Savanne, äh... Ja sowas, sowas ähnliches wie eine Kreuzung Das ähm... Nimm einfach das vom... Vom... Fluss vorne Und das nimmst du einfach mal Oh fuck, was rennt uns dahinter? Hey, das ist ein normales Monster Ja, könnt ihr mal auf mich warten? Tot Der holt sich da Emerald Nuggets Ich... Ich... Ihr seid an der Höhle... Ihr seid an der Höhle vorbeigelaufen Mich und Aron wollen zur Stadt Ja, aber hier kann ich Eisen und Silber für meine Waffen finden Oh fuck, 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 Frank Wachs Oh... Bug... Bugbeetles Warum? Warum ändert mich dieses Spiel an Sau? Warum? Äh, das hab ich mir ehrlich... Das hab ich mir auch fast so... Also irgendwie erinnere mich das doch an was Äh... Nimm dir hinter die Rettung ist grad ein Kamel Ich seh's! Was ist denn das Kamel von mir? Deine Eier Was ist noch für Angst? Oh nein, 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 nein Du wolltest noch nie von... Du wolltest noch nie von einem Kamel bestiegen oder was? Nein Willst du so... Ja, dann lass dich... Dann lass dich jetzt mal entjungfern, ja Hahaha Alter, ich seh's schon wieder hier Die Kommentare Ich bin mir tot Mette, das gibt wieder nur ein XP Ich wollte scheinen, aber ich hab dich nicht getroffen So klar! Nein! Schon wieder! Diesmal ist er aber ein Desert Runner Der ist gleich Stroot, warte Nein! Töte es nicht, ich brauch die EP, ich brauch nur noch eine Jetzt hat er's getötet! Nein! Nein! Nein, gar nicht! Ich hab aber keine XP bekommen! Doch, ich hab sogar zwei... nein, warte, ich hab keine XP bekommen! Jetzt hab ich hier Kaktus Potions Aber mir fehlen die Klaas Slushen natürlich Weil ich einfach mal sehen kann jetzt Ich mag beim Bruder sein PC viel mehr War doch klar, dass mir die Scheißdings fehlen Irgendwie ist das Spiel extrem... Ne, okay, das ist eigentlich auch ein Rollenspiel Stand auch in der Beschreibung des Spiels Noch so'n scheiß Kamele, ey Oh nein! Renn einfach weg, Aaron! Renn einfach! Ja und, lass doch doch fisten Nein, noch ein Kamele! Scheiße! Jetzt haben wir zwei Kamele! Lass doch einfach fisten, wir haben sie doch eben auch schon tot bekommen Ja eins! Ja und? So, jetzt stoppen auf eure HP! Wenn du mich... Wenn mich da einer nicht verfolgen würde, könnten wir den packen Jetzt verfolgt es sich nicht, ja Okay, warte ich Hier könnte ich Minecrafts nehmen Ich hab dich gerade Ich hab dich gerade Oh, jetzt Paul Scheidung Ich auch Wieder viel zu beliebt in Skype heute Aaron, lauf! Ich versuchte schon, das Kamele von dir hinterher wegzunehmen Jetzt hast du beide am Arsch Dann hab ich weiter am Arsch! Heil Aaron, Heil Aaron! Aha! Man schaut Aaron so ein kräftes Viech an Wir wollen schon wieder Nein, nein, nein Aaron, meine MP müssen sich aufladen Macht nichts, ich kann laufen Hab dich geheilt Ich gehöre immer nur mit meinen Spezialantacken an Hab dich wieder geheilt Gott! Ich versuch dich voll zu heilen Jetzt muss ich mich heilen Guck dir, die sind gleich alle Beine down Ich bin schon wieder tot Warte dir bitte diesmal auf mich Einer ist tot, sorry Könnt ihr aber mit dem zweiten warten? Ja, mit dem zweiten warten, ja Auf wen geht der jetzt auf dich, oder? Auf mich Ich find's toll, wie schön, wenn hier Berge hochkommt Ich hab mich grad eben einfach mal kurz hier die Dings Die komischen letzten Oho, jetzt schlag zu, Ben! Los! Ja! Hast du XP bekommen? Nein! Ach, scheiße Weil ich hätte auch noch einen Hit gebraucht Ja, ich dachte du hättest, das wird noch so sein, dass weil du ja schon vorher drauf geht Du hast auch XP bekommst Nein, leider nicht Okay, da können sie glaube ich schon noch verbessern halt hat, wie gesagt, mit den Gruppen XP dass man Gruppe einrichten kann Na, die Gruppe immer viel ist Tote, äh, jedes Kennen auch XP-Trick Und wie ist das nicht mein Tag heute? Halt mich! Okay, es könnte aber auch daran liegen, dass ich äh, DD-Klasse bin dass ich so schnell sterbe Warte Ich hab grad ernsthaft DD gesehen Wow Hallo, ich bin hier DD Du bist eigentlich ein Tank Ich bin, ich bin ein tankender DD Hier gibt's eigentlich keine Tanks Okay, dann bin ich hier das Jetzt hab ich ihn gehütet diesmal Boah! Alter, ich flieg hier fast, ich flieg hier fast den Berg unter, ey 10 XP, yay Ich hab beide Level 3, ich bin Level 2 Hier Das ist so extrem schwer Ich lass mal langsam zu der City laufen Ja, welch auch für Ich heil mich mal Ey, bist Weltenboss, wo ist die City? Ich seh die City gerade nicht Die ist Du bist In die Richtung Oh fuck, nö Oh fuck, nö Oh mein Gott Die ist ab einem Ende nennen das Bion Ah, ne doch nicht Nicht ganz, aber von der aus Oh scheiße Das ist in der Mitte des Bioms, ey Ja Oh fuck Sollen wir dann nachher nochmal zurücklaufen oder irgendwie was anderes Keine Ahnung Sollen wir von der Stadt da aus weiterlaufen Wann bist du eigentlich weg, äh, Dings? Ben? Ähm, ich bin jetzt dann so in einer Stunde weg Okay Sollen wir dann noch weitermachen? Oh ja, weiß nicht Hmm? HP, yay Oh fuck Komm, eine kriegen wir hin ja aber die kommen alle welchen mehreren wenn du einen ziehst kommen meistens alle außer kriegst wirklich nur einen weg gelockt ich sag nichts mehr um geht auf mich wüssten zwiebling denn eigentlich schon die verschiedenen sprachen für das spiel draußen gibt Tierarzt sprache ein paar Jahre etwas mit über 30 und ein 1 2 stiftet mein nächstes mp für den schnitt auf vater sie schon die ganze auf dich die teile sind stark ja weil andere biome alles immer stärker ist naja wer das hat aber auch eine verkürzt zum beispiel in der lavawelt habe ich letztens 0 monster gefunden ja in der lavawelt waren fast nirgends wo ein monster und wenn sie da waren es ok oder ja genau dort ich brauche 100 kann man so sagen nein es ist ohne ich habe schnell verheiratet warte Don ist nicht da muss ich auch wieder kommen aber das ist die richtige Richtung ja es ist halt der Falle in der ich die Karte so extrem groß habe ok wer jetzt muss man auch noch einmal Aaron du musst es einmal hinten ich hab's gerade schon schön Ja, gelastet es sogar noch. Also wie ich die Schwerter halte. Schau mal. Suche ich dich schön nach hinten. Aaron schon über die zweite Staffel von Sau gehört? Alphime Online? Nein, die zweite, die sie jetzt angekündigt haben. Ja, hab ich gehört, aber... Weiß ja, was ich von halten soll. Ich weiß das auch noch nicht. Trashy. Lass mich, das ist mein YouTube-Name. Sogar meine gesamte Klasse hat mich deswegen schon ausgelacht. Trash. Oh, oh, da oben ist ein Blizzard. Ich muss dir ja unbedingt ein Referat über Sony Vegas halten. Was? Ich muss dir ja unbedingt ein Referat über Sony Vegas halten. Warum? Ich durfte ein Video von der Schule aus zusammenschneiden. Dann darüber ein Referat halten. Leider durfte ich keine Animes benutzen. Doch, durfst du... Oh, die Stadt ist ja bald da. Eigentlich darfst du das. Nein, ich durfte ja kein freies Video... Er hat mir ja Videodateien gegeben, die ich zusammenschneiden sollte. Ich hätte es vermutlich so übelst parodiert, was der mir geschickt hätte. Ah, welch Idiot schreibt mir jetzt in der SMS, wenn mein Handy im anderen Zimmer liegt. Beidegung. Ach, warte mal, das da oben ist... Das war's nicht, du. Du hast meine Handy nun mal nicht mal. Oder? Oh, doch. Oh, nein! Ich hab so meine Quellen. Oh, fuck. Das ist mein Leben zerstört. Schau mal, da unten gibt's verschippten Monster. Nein, 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 nicht Insektigard. Ich hab's gehört. Lauft. Wir laufen. Wir laufen vor, das nachher. Ich bin schon hinter euch, keine Sorge, aber... Lol, das ist ein Wizard. Holy Wizard. Was? The Wizard, the Holy Wizard. Us. Lol. Party.